EINEN WUCH! Das ist ja hier in Deutschland Gott sei Dank so. Wir werden heute in den Wahl-O-Maten ein bisschen eintauchen. Ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, wie der funktioniert. Eventuell wäre der auch mal für euch interessant, selbst wenn ihr noch nicht 18 seid. Aber ich finde, man kann halt mit dem Thema jetzt schon mal langsam anfangen. Der Wahl-O-Mat, was ist das? Der Wahl-O-Mat stellt einem ein paar Fragen und durch diese Fragen wird er die ausspucken, welche Partei eventuell für dich am geeignetsten ist. Das heißt natürlich nicht, dass ihr die Partei wählen müsst. Das ist natürlich Blödsinn. Aber das heißt, ihr könnt euch zumindest mal mit der Partei ein bisschen näher auseinandersetzen, weil die Partei eventuell die Meinung vertritt, die ihr auch habt, in gewisser Hinsicht zumindest. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch für die jüngeren Zuschauer unter euch. Deswegen machen wir das heute auch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt in den Wahl-O-Maten und wählen uns danach wieder. Bis gleich! Also, die erste Frage lautet, es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Also, Bürgerentscheide, das gibt es ja, war das Schweden oder Schweiz? Auf jeden Fall gibt es dort Bürgerentscheide. Haben wir leider in Deutschland nicht. Ich bin voll dafür, dann kann der Bürger nämlich mitentscheiden. Also, ich will das. Nehmen wir. Perfekt. So, die EU soll CO2-Ausstoß, ist die Frage 2. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Ja, das ist eine schwierige Frage, meine Freunde. Ihr kennt das ja bestimmt schon mit Dieselfahrverbot. Ich bin also erstmal dagegen, weil das Problem ist, dass die da Autos, die eigentlich noch total in Ordnung sind, von der Straße drängen und Familien dazu zwingen, sich neue Autos zu kaufen, obwohl die eigentlich gar kein Geld dafür haben. Also, ich bin, erstmal bin ich dagegen. Dafür bin ich eigentlich schon. Ja, also, das finde ich eigentlich toll, aber ich weiß, wie es umgesetzt wird und deswegen stimmen wir der ganzen Sache nicht zu. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Huf. Okay, das ist, ähm... Oh. Also, ich, ähm... Grundsätzlich bin ich dafür, dass es gar keine Armee mehr gibt. Ähm... Also, sagen wir es mal so. Ich finde die Bundeswehr nicht schlecht, ja. Der Horst war ja auch mal bei der Bundeswehr. Ich muss sagen, wenn man die im Friedensfall braucht, zum Beispiel bei Katastrophen, wenn Überschwemmungen sind... Da ist das natürlich nicht verkehrt, aber eine EU-weite Armee, also, das ist, also, weiß ich nicht. Das würde auch die falschen Signale senden. Wir sind ja gegen Gewalt, also stimme ich nicht zu. So, die Europäische Union soll vorrangig Biolandwirtschaft fördern. Ah, auch hier wieder, haben wir schon wieder das perfekte Beispiel. Ich bin komplett dafür. Das Problem, dass ich genau weiß, wie sowas umgesetzt wird. Und zwar nicht so, wie romantisch sich das hier anhört. Leider, leider ist das dann auf den Kosten der Bauern, ne. Dann sind ja wieder ein paar Bauern dabei, die dann pleite gehen. Weil die sich zum Beispiel diese Maschinen nicht leisten können, die die Gurken in Plastikfolie einwickeln. Das müsst ihr euch mal überlegen, was das für eine Idiotie ist. Leider ist aber nur eine Gurke in Plastikfolie bio. Das ist total bescheuert und deswegen stimme ich auch nicht zu. Totaler Blödsinn. So, Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen. Komplett da kokolorisch. Also, ich finde das komplett schwachsinnig. Sagt mir, was ihr wollt, das mit dem Euro funktioniert. Also, ich stimme hier nicht zu. So, die EU soll private Seenet... Achso, finde ich total geil. Weil wir haben die ganzen syrischen Mitmenschen, die jetzt hier vor unseren Küsten verunglücken. Ja, weil keiner der Meinung ist, dass denen geholfen werden muss. Also, ich stimme auf jeden Fall zu. Da kann man Menschenleben retten. So, auf den Handel mit Finanzprodukten, zum Beispiel Aktien, soll eine Steuer erhoben werden. Oh, das wäre eigentlich schon mal richtig geil. Weil, wisst ihr, warum manchmal Benzin so teuer wird? Schlagartig. Genau deswegen. Weil die Leute am spekulieren sind mit den Produkten. Deswegen ist auch mal eine Zeit lang Milch in die Hürre geschossen. Ja, also, ich stimme da voll zu. Können Sie Steuern drauf machen? So, gentechnisch verstärkte Pflanzen. Das ist so ein Thema, ne? Muss ich euch sagen, meine Freunde. Uff. M-m-m. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Also, ich weiß, dass gentechnisch veränderte Pflanzen dazu führen können, dass die stabiler sind. Und stärker und nicht so schnell kaputt gehen. Aber ich halte mich hier wirklich neutral. Weil ich bin mir da selber noch gar nicht mit mir selber drüber einig, was ich davon halten soll. Also, EU-Bürgerinnen und Bürger, die in ein anderes EU-Land ziehen, sollen dort nur eingeschränkt Sozialleistungen erhalten. Finde ich jetzt nicht. Also, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich möchte nach Spanien. Äh, warum sollte ich dann in Spanien nicht? Nee, nee, nee. Also, nee, das finde ich Blödsinnig. Sozialleistungen können wir doch immer kriegen. Also, stimme nicht so. Und er meint ja jetzt aus Deutschland. Das kann natürlich sein, dass er das meint aus Deutschland, aber trotzdem. Also, ich... Nee. Alles gut. So, EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Nein. Also, da muss ich sagen, wir machen hier die Europawahl, ne, und nicht die Afghanistan-Wahl oder die Afrika-Wahl oder die China-Wahl. Ähm, finde ich total blödsinnig. Also, wir wählen hier für unsere Länder und nicht für die Länder aus. Also, wenn ich jetzt unbedingt für die Türkei wählen will, dann muss ich auch in der Türkei wohnen. Seid mir nicht böse, aber dann ist es... Also, sowas finde ich kokolores. Warum soll einer aus Amerika über Deutschland entscheiden? Also, nein. Die EU soll mehr Geld für die Entwicklungshilfe bereitstellen. Finde ich immer. Also, immer, sobald es darum geht, Menschen zu helfen, auf jeden Fall ja. Äh, die EU-Mitgliedstaaten sollen weiterhin Daten von Fluggästen speichern müssen. So, das ist wieder hier mit dieser Terrorangst. Also, ich... Wie gesagt, ich... Ich hasse Gewalt. Also, mir wäre es ganz recht, wenn es einfach gar keine Gewalt mehr geben würde. So, also überhaupt keine mehr. Wäre ich richtig gut. Ich bleib mal hier neutral, weil ich nicht genau weiß, was für Daten die speichern und für was die gebraucht werden. Also, erstmal neutral. So, die EU soll sich für Einführung und nationalen Mindestlohn an allen Mitgliedstaaten einsetzen. Schwieriges Thema, weil jedes Land hat so einen eigenen, ich sag mal, Moneyflow. Also, hier in Deutschland sind Lebensmittel teurer oder billiger als in anderen Ländern. Ihr versteht, was ich meine. Ich meine, auch Mieten von Land zu Land unterschiedlich. Ich glaube, dann ist ein nationaler Mindestlohn schwierig, weil wenn dann hier in Deutschland 10 Euro mindestens bekommst, und das ist hier nicht viel, dann gehst du in irgendein anderes Land, der ja auch den Euro hat, und dann bekommst du 10 Euro, und das ist so, als wenn du da 100 kriegst. Also, ihr versteht vielleicht, was ich meine. Ich glaube, das sollte Ländersache sein und auch Ländersache bleiben. Die EU soll ein Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalten. Also, ja, grundsätzlich. Wie gesagt, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, dann immer Menschen helfen, Punkt. So, in der EU soll es eine Aussichtsräte von Unternehmen eine verbindliche Frauenquote geben. Also, ich stimme mal zu. Ich bin aber der Meinung, ich finde es schade, dass das überhaupt irgendwie Anklang finden muss. Ich bin einfach, mir wäre es einfach lieber, wenn es so ein Thema gar nicht gäbe. Ja, also, wenn jeder zufrieden wäre und wenn sich jeder gut behandelt fühlen würde, dann wäre ich auch glücklicher mit so was. Also, dass man darüber reden muss, finde ich halt schon wieder scheiße. Aber leider, leider sind wir noch nicht so weit, leider. Also, können wir hier mal zustimmen. Der Austritt aus der EU, totaler Kukuloris. Wir bleiben mal schön, da wo wir sind, mit unserem Arsch in der EU. Deutschland bleibt hier in der EU, weil ich finde auch, Deutschland ist eines der stärksten Länder. Und wir sind ja auch, wir helfen ja auch anderen Ländern, denen es nicht so gut geht, ne. Ich weiß nicht, ob die uns dann auch helfen, wenn es um Scheiße geht, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht erstmal darum. Grundsätzlich haben wir gerade als Deutsche die Möglichkeit, anderen zu helfen. Das sollten wir auch wahrnehmen. Und deswegen, nein, wir bleiben mal schön da, wo wir sind. Also, stimme nicht zu. Austritt aus der EU. Ja, Deutschland soll jetzt der Europäischen Union austreten. Nein. Atomkraftwerke. In anderen EU-Staaten sollen weiterhin Atomkraftwerke betrieben werden dürfen. Ich persönlich muss euch sagen, meine Freunde, Atomkraft ist scheiße. Aber wir haben auch keine echten Alternativen. Ich muss halt sagen, hier ist Braunkohle zum Beispiel. Ich finde Braunkohle viel schlimmer. Ja, ich weiß. Wie gesagt, Atomkraft und die verheizten Brennstäbe, das ist nicht geil. Das stimmt. Ja, das ist wirklich nicht geil. Ich finde, man sollte hier echt eine grüne Lösung langsam finden. Leider Gottes haben wir die nicht. Das Problem ist, wenn wir jetzt aber sofort alle Atomraketen, äh, Atomkraftwerke abreißen, haben wir das Problem, dass der Strom wieder achtfach so teuer wird und das Ganze zurückgebaut werden muss. Also, lass die Dinger noch ihre 20 Jahre auslaufen und dann würde ich sie abschalten. Weil die haben immer so eine Betriebszeit von 25, 35 Jahren. Danach müssen sie eh deaktiviert werden. Lass sie doch einfach auslaufen, bis sie fertig sind. Und dann baut einfach keine neuen mehr. Also, ich stimme jetzt erst mal zu. Zuwanderung von Fachkräften in die Europäische Union soll Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern fördern. Das ist ein ganz schweres Thema. Ich bin schon ein bisschen der Meinung, dass wir innerhalb von Deutschland selber dafür sorgen sollten, dass die Leute, die hier wohnen, zu Fachkräften ausgebildet werden können. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder, der arbeitslos ist, das Potenzial hat, eine Fachkraft zu werden. Das ist natürlich auch total akukulores. Das weiß ich selber. Aber man muss natürlich auch menschlich, ja, und man muss einfach dafür gemacht sein. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Kfz-Meister, dann bin ich Kfz-Meister. Aber wenn ich jetzt Bäcker bin, dann werde ich vielleicht kein Kfz-Meister, ja. Vielleicht kriege ich es auch hin. Ich will das jetzt auch nicht urteilen. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dann die Abiturienten, die dann studieren. Da haben wir jetzt auch nicht mehr so viele von. Aber das liegt an der innerdeutschen Problematik. Ja, also wir haben hier ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir das so umgehen können, diese Problematik. Ich habe nichts dagegen. Wenn aus Nicht-EU-Ländern Leute zu uns kommen, um hier zu arbeiten, ich finde das sogar gut. Ja, die dürfen hier gerne ein neues Leben anfangen. Das ist auch richtig so. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir mit Absicht das deutsche Volk ignorieren sollten. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, wir haben hier ganz, ganz viele Menschen, die eine Chance verdient haben innerhalb von Deutschland. Wir haben ja auch jetzt schon ganz viele Menschen, die zugewandert sind zu uns. Und die zugewanderten Menschen, die wir hier haben, die können wir doch jetzt erst mal fördern. Da können wir doch mal gucken, dass die vielleicht unsere neuen Fachkräfte werden. Ja, also ich bin mir sicher, dass wir auch Zuwanderung von Fachkräften haben. Aber ich finde es schade, dass dann die Fachkräfte, die schon hier sind, nicht arbeiten dürfen. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wir haben ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die haben es verdient, eine Chance zu kriegen. Und ich bin der Meinung, die sollen erst mal die Chance kriegen. Und wenn wir wirklich dann in Deutschland niemanden mehr finden, der gewisse Arbeit übernehmen kann, dann können wir natürlich auch gerne mal außerhalb von Deutschland schauen. Aber ich bin mir sicher, dass wir genug Leute hier haben. Deswegen möchte ich das nicht fördern. Ja, ich finde das doof. Also ich stimme da nicht zu. So, Presse- und Medienfreiheit. Ja, wichtig finde ich. Die EU soll Mitgliedstaaten finanziell bestraft, die Presse- und Medienfreiheit verletzen. Ja, ich bin komplett der Meinung. Presse- und Medienfreiheit ist wichtig. Also Pressefreiheit kann natürlich für eine betroffene Person echt eklig sein. Gerade wenn jetzt irgendeiner Scheiße gebaut hat und die Presse darüber berichtet. Natürlich ist das dann für die Person doof. Aber wichtig ist, dass die Presse das sagen kann, was sie möchte. Und deswegen würde ich sagen, ja, mach mal mal. Finde ich gut. Ja, bumms. So. Reduzierung der Regionalförderung. Die finanziellen Hilfen für wirtschaftliche und schwäche Regionen der EU sollen reduziert werden. Hm. Das ist schwierig. Da ist schon wieder... Also auch so wie Pressefreiheit. Das ist eine Auslegungssache. Gerade eben ist mir eingefallen, man kann natürlich auch dieses Gesetz, wenn es verabschiedet wird, missbrauchen. Aber man kann natürlich dann... Ja, man kann es missbrauchen, leider Gottes. Und das hier kann man auch missbrauchen. Das finde ich ein bisschen doof. Ich lese mir nochmal durch. Welche Regionen reduziert werden. Also grundsätzlich nein. Ja, wenn jemand Hilfe braucht, dann braucht er Hilfe. Natürlich wollen wir uns nicht ausnutzen lassen. Aber wenn Hilfe gebraucht wird, sollten wir Hilfe leisten können. In der Hoffnung, dass wir uns alle irgendwann gegenseitig so stark helfen, dass es keine Probleme mehr gibt. Also sollen reduziert werden. Nein, die sollen nicht reduziert werden. In den Medizinischen Verhalten sollen Tierversuche weiterhin erlaubt sein. Uff, ganz schweres Thema. Also, ich weiß, Tierversuche sind doof. Ich weiß es. Ich bin, ihr wisstet, ich mag Tiere sehr sogar. Aber jetzt ist ein Problem. Diese Tierversuche sind essentiell wichtig, weil zum Beispiel gewisse Schmerzpräparate müssen getestet sein, bevor die an den Menschen getestet werden. Jetzt natürlich die Frage, wie wollen wir das machen? Also, was ist ethisch korrekt? Was ist ethisch korrekt? Ich bleib hier neutral. Ich kann das selber für mich auch nicht beantworten, wo ihr die Ethik einsetzt und wo sie aufhört. Ich bin dann lieber derjenige, der jetzt offen und ehrlich euch gesteht. Ich möchte hier kein Urteil fehlen. Ich bleib neutral. So, Europol. Die europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Kompetenzen erhalten. Ich habe nichts dagegen, weil ich nicht wüsste, was dagegen spricht. Bums. So, Mindestsatz für die Besteuerung. Für die Besteuerung von Unternehmen soll es einen EU-weiten Mindestsatz geben. Das kann funktionieren, würde dann dazu führen, dass gewisse Betriebe einfach nicht mehr sagen, ja, jetzt gehen wir mal nach, weiß ich nicht, in irgendein anderes EU-Land und bauen dort weiter, weil die günstiger sind. Aber das kann auch bezwecken, dass dann ganz viele Unternehmen in ein Nicht-EU-Land auswandern, weil es dann noch günstiger dort wird. Wieder also mal hier so ein kleiner Teufelskreis. Also, ihr versteht, was ich meine. An sich ist die Idee nicht schlecht. Ob die Umsetzung funktioniert, ist eher fraglich. Also, ich bleib jetzt hier neutral. Gleichgeschlechtig eh. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass alle Mitgliedstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe einführen. Dem stimme ich zu 100% zu. Das ist vollkommen egal, ob ihr Männlein, Weiblein seid und Männlein oder Weiblein oder beides liebt oder ein Apache-Helikopter und ein Leopard 2-Kampfpanzer. Ja, das ist vollkommen egal. Ihr sollt der sein, also ihr sollt immer der Mensch sein, der ihr sein wollt. Und ihr sollt das lieben können, was ihr wollt. Dafür haben wir gekämpft. Ja, dafür habe sogar ich gekämpft. Das ist, ja, ja, Tatsache. Und, ähm, ich bin also komplett für solche Sachen. Mitgliedstaaten, die die EU-Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung verletzen, sollen konsequent bestraft werden. Das sind so schwierige Themen. Das ist wirklich nicht einfach. Ähm, ich würde jetzt sagen, grundsätzlich ja. Aber ihr wisst manchmal, also es kommt drauf an. Wenn das Land das natürlich mit voller Absicht macht, ja, ist das Land jetzt nicht gerade irgendwie Zahlungsliquid und hat Probleme. Also, ihr versteht auch hier wieder ein ganz schwieriges Thema. Wirklich ein ganz schwieriges. Ich verhalte mich da mal neutral. Lkw-Maut auf Fernstraßen. In allen Mitgliedstaaten soll eine Lkw-Maut für Fernstraßen eingeführt werden. Sind wir denn echt die Einzigen? Ich, also in Deutschland gibt es schon ganz, ganz lange die Lkw-Maut. Muss man einen Schluck trinken. In Deutschland haben wir das ja schon ganz, ganz lange mit der Lkw-Maut. Also zumindest, wenn damit Autobahn gemeint ist. Ich finde es an sich nicht schlecht. Ist in Ordnung. Aber auf der anderen Seite hat das auch ganz viele kleine Lkw-Unternehmen wieder echt Probleme verursacht. Weil die sich das einfach gar nicht leisten konnten. Ich weiß auch gar nicht genau, was sie mit der Maut machen. Angeblich modernisieren die damit unsere Straßen. Aber das Geld fließt mal wieder irgendwo anders hin, so wie das immer ist. Und deswegen auch hier wieder neutral. So, christlich Wertgemeinschaft. Die Europäische Union soll sich als christliche Wertgemeinschaft verstehen. Wertegemeinschaft. Ja, okay. Ja, mir egal. Also auch wirklich hier ist es mir wirklich komplett egal. Verstaatlichung der Banken. Alle Banken sollen verstaatlicht werden. Das ist ein Problem und eine Lösung gleichzeitig. Meine Freunde, denkt bitte an 1940, als alles verstaatlicht wurde. Das kann unter Umständen auch sehr schlecht sein. Weil wenn der Staat dann einfach sagt, ja, ich mach jetzt mal den Hahn zu, fickt euch. Wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir können nichts mehr rausrücken. Dann ist das eben so. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist auch so eine kleine Problematik. Würde aber gleichzeitig wieder dafür sorgen, dass alles vereinheitlicht ist. Also, dass die Banken nicht uns hier mit allem möglichen Kram über die Kette ziehen können. Trotz alledem bin ich nicht dafür. Ich bin der Meinung, es sollte staatliche Banken geben und privaten Banken. Dann habe ich immer noch die Wahl als Mensch und kann mich selbst entscheiden, wo ich hin möchte. Deswegen stimme ich hier nicht zu. So, Migration über das Mittelmeer. Alle Asylsuchenden, die versuchen über das Mittelmeer in die EU zu lang, sollen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin der Meinung, wenn die sich diese Strecke, ja, diese Todesstrecke hier zumuten, dann machen die das nicht so, weil die langweilig ist, sondern dann ist irgendwas, ja. Das ist ja wirklich, da sterben ganz viele Menschen, meine Freunde. Das ist kein Witz. Deswegen finde ich das total doof. Die Leute, wenn die wirklich Hilfe brauchen, sollen die auch hier unsere Hilfe bekommen. Meiner Meinung nach. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr über sowas denkt. Aber ich bin der Meinung, Mensch ist ein Mensch. Und Mensch, wenn der Hilfe braucht, dann braucht er Hilfe. Und wenn wir ihm Hilfe geben können, dann sollte er sie von uns auch bekommen. Das ist meine offene Meinung zu diesem Thema. Also hier ganz klares Nein. So, Abbau der Russland-Sanktion. Die EU soll die Sanktion gegen Russland abbauen. Ja, also der Russe, den interessiert das so oder so nicht. Der macht uns höchstens noch die Gas-Pipeline dicht. Mir ist das Bums. Ganz ehrlich, was die da mit Russland veranstalten, das ist mir alles Bums. Die sollten da echt mal irgendwie langsam auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und sollten mal die ganzen Raketenabschussstationen entfernen. Also dieser immer noch anwährende, indirekte, kalte Krieg, der da existiert. Der geht mir so oder so auf den Beutel. Also ich, ja, keine Ahnung. Also wenn wir jetzt die Sanktion abbauen, hat der Russe automatisch gewonnen. Wenn wir sie lassen, ist es dem Russen so oder so scheißegal. Ja, Putin lässt sich da nicht beeindrucken. Das juckt den doch nicht. Deswegen mir ist es Bums. Also wirklich, mir ist es komplett egal. So, Steuer auf Plastikverpackungen. Ja, bitte. Finde ich super. Weg mit dem Scheiß. Also mittlerweile wird ja alles verplastikt. Das ist ja furchtbar. Gibt es einkaufen, Christe? Musst du direkt nach dem Einkaufen hast du schon einen gelben Sack voll mit Plastik? Also ich stimme ja komplett zu. Komplett. Ich soll mal wieder mehr Papier benutzen. So, Initiative gegen Antisemitismus. Ja, finde ich, warte mal, in der EU sollen Antisemitismus finanziell unterstützt werden. Also ist das ein Problem? Immer noch? Gibt es immer noch so viele Antisemiten? Oder wie ist es? Ich weiß es nicht. Ich bin aber der Meinung, wenn wir sowas fördern, dann sollten wir auch alles andere fördern. Also ich finde, das ist ja jetzt schon wieder Ausgrenzung. Wenn wir nur sowas fördern, aber nicht irgendwie Gewalt gegen Syrier oder Gewalt gegen afrikanische Mitmenschen oder sowas. Dann fängt das schon wieder an, ne? Also total Blödsinn. Entweder helfen wir allen Menschen oder nur einer Partei. Ja, und wenn ich jetzt sage, dass jüdische Menschen ganz besonders leiden, das ist Blödsinn. Die leiden nicht. Also ich bin, ich sag euch mal was, ne? Mein Opa, selbst der hat schon nicht mehr miterlebt, was damals so groß passiert ist. Weil der war dann auch so jung, der weiß das auch nicht mehr. Das heißt, mein Vater hatte damit nichts mehr zu tun und ich erst recht nicht. Und ihr, die Generation, die jetzt so nach mir schon dran ist, die hat auch nichts mehr damit zu tun. Meine Freunde, also ich bin der Meinung, das ist vorbei. Das ist schon lange vorbei. Das ist genauso, dass heutzutage keine schwarzen Menschen mehr Baumwolle pflücken müssen und gepeitscht werden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das alles hier das Blödsinn sowas. Also da fängt ja schon wieder die Ausgrenzung an, ne? Ich als Deutscher fühle mich auch manchmal belästigt. Das ist kein Witz jetzt. Aber ich meckere doch auch nicht rum. Und das ist halt so, dass manche Menschen sind halt Arschlöcher und andere Menschen sind nett so. Und ich bleib bei den netten Menschen und die Arschlöcher, die meide ich. So einfach ist das. So, Bums. Außenpolitische Entscheidung. Bei der außenpolitischen Entscheidung, der EU soll häufiger mit Mehrheit statt Einstimmung entschieden werden können. Ja, warum nicht? Also wenn, ja, also wenn mal die Mehrheit dafür ist, ist das auch wieder so eine Sache. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist auch schon wieder so eine Sache. Also im Endeffekt, uns betrifft das nicht. Das trifft jetzt nur die Abgeordneten dann in dem Fall. Also wir werden weder was davon noch dafür haben. Es kommt nämlich drauf an, worum es gerade geht. Und wenn es was ist, was wir toll finden und die Mehrheit entscheiden kann, dann finden wir das natürlich toll. Wenn es irgendwas ist, was wir scheiße finden und die Mehrheit entscheiden haben, finden es wir scheiße, ne? Ja, also ich bleibe hier mal neutral. So, Verteilung der Asylantensuchenden. Asylanten sollen in der EU proportional auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Ja, das hört sich doch gut an. Also man muss ja auch immer ein bisschen gucken, was das Land gerade hergeben kann, ja? Also jedes Land hat ja eine gewisse Grenze. Du sagst, hey, finanziell sind wir jetzt gerade vielleicht am Limit. Oder nicht nur finanziell, dass wir sagen, hey, meine Städte sind so langsam voll. Wir haben hier so oder so schon eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Aber was ist mit dem Nachbarland? Bei denen sieht es doch viel besser aus. Da kriegt er doch viel einfacher einen Job. Also da würde ich zustimmen. Finde ich gut, dass wir die ein bisschen aufteilen. Also vielleicht kann man ja den Asylsuchenden sogar fragen, wo er denn hin möchte. Vielleicht sagt er auch, Italien ist ganz toll. Und dann, oder er sagt, Mensch, Spanien wollte ich schon immer hin. Vielleicht kann man den damit einbinden. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Da würde ich mich drüber freuen. Weil ich meine, der Mensch möchte sich ja auch ein neues Leben aufbauen. Und dann, ich würde ja auch nicht irgendwo wohnen, wo ich nicht hin möchte. Versteht ihr, was ich meine? So, also stimme mal zu. So, das Fan... Was? Meng, meng, meng. Fangmeng... Ich wollte gerade Fanmanagement vorlesen. Aber da steht Fangmengen. Ich... Also hier Fischfangmengen. So. Die Fangmengen, die wir euch hier vorstellen, sollen stärker begrenzt werden. Könnten wir jetzt mal grundsätzlich zustimmen. Es gibt so oder so eine Überfischung unserer Ozeane. Und es wird auch viel zu viel Fisch weggeworfen. Also allgemein gibt es viel zu viele Lebensmittel, die weggeworfen werden. Also grundsätzlich, wir würden das gar nicht merken, wenn das stärker begrenzt ist. Einfach aus dem Grund, weil wir so oder so viel zu viele Lebensmittel entsorgen. Es soll wieder dauerhaft die Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Ähm, brauche ich nicht. Weiß ich. Also ist mir egal. Ich weiß nicht, ob es für den Zoll dann einfacher ist. Ich weiß nicht. Mir ist es egal. So. Europäische Bundesstaaten. Die EU soll sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln. Ja, warum nicht? Wir wachsen doch eh alle zusammen, oder? Ja, können wir mal machen. Ist gut. Wählen ab 16. Ja, finde ich super. Also ab 16 wählen total dafür. Äh, gerade weil jetzt die CDU so richtig schön auf uns geschissen hat. Ja, die würden jetzt richtig einen auf den Deckel kriegen, wenn die 16-Jährigen schon mitmachen dürften. Ihre Position. Welche Thesen sind Ihnen wichtig? Das ist mir alles egal. Ich, ich will jetzt einfach gucken. Ich bin, ich bin super gespannt. Super, 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 super. Welche Partei wird es? Und ich bin... Äh, d, 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 d. Also, ah, was habe ich denn gewählt das letzte Mal? Warte, kann ich gleich, wo sind sie denn? Warte, warte, warte. Ihr werdet nicht glauben, welche ich gewählt habe. Aber, wo... Ähm, aber... Hä? Bist du jetzt blöd? Ach, da sind sie doch, ne? Da ist sie. Das war die Partei, die ich gewählt habe. Die Tierschutzpartei. Ähm, ja. Sie haben zwei von acht gewählt. Also, ich hatte die eigentlich nur gewählt. Ich nehme aber noch die mit dazu. Und ich muss wie viele auswählen? Ich nehme nur die zwei. So, Tierschutzpartei erkläre ich auch gleich, warum. Äh, ihr Wahl-Log-Madergebnis. Partei für Tierhilfe. Ja. Oder? Echt jetzt? 60% Partei für Tierhilfe? Wirklich? Ist das mein Ergebnis gewesen? Super, also. So, damit habe ich ja richtig gewählt das letzte Mal. Warum habe ich die Tierschutzpartei gewählt? Also, ich habe hier Tierschutz hier. So, also. Die Partei für Tierschutz ist es geworden. Jetzt die Frage, warum ich damit zufrieden bin, kann ich euch sagen. Ich habe die ja schon mal gewählt. Und warum ich die gewählt habe, erkläre ich euch gerne. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das letzte Mal hatte ich einfach mit keinen der betroffenen Parteien... Also, die haben alle kein Wahlprogramm gehabt, was mir gefallen hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die alle scheiße. Ich fand, alle hatten irgendwelche komischen Ansätze, die ich nicht vertreten wollte. Und deswegen habe ich diese Partei gewählt. Weil ich nämlich genau weiß, dass diese Partei nicht an die Macht kommt. Aber die nehmen das Geld aus den Wählerstimmen und machen was Sinnvolles damit, ja. Wie gesagt, die gehen in Tierschutz. Und das ist der Grund auch, warum ich die wähle. Wen ihr wählt, das ist natürlich eure Sache. Wir müssen hier nur nochmal dran denken, Hashtag nie wieder CDU, Hashtag nie wieder SPD und Hashtag niemals AfD, meine Freunde. Das ist am allerwichtigsten. Also, macht euch mal ein eigenes Bild. Geht mal durch den Wahl-O-Maten. Guckt mal, welche Partei für euch rauskommen würde. Was für euch wichtig ist, welche Partei ihr wohl nehmen würdet. Würde mich interessieren. Ihr müsst das nicht in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, eines unserer Grundrechte ist einfach, dass es auch geheim sein kann. Ja, das lernt man auch mal irgendwann in der Schule. Es ist frei und geheim. Ihr müsst also nicht verraten, wen ihr wählt. Macht das einfach mal in Ruhe für euch. Und ich bin damit raus für heute. Morgen kommt wieder eine ganz normale Folge. Soweit, so gut. Ich danke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns aber bis morgen. Tschüss.